Nein, 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 eine Falle! Ah, das ist... Weg hier! Nein, 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 nein! Ah, nein! Ich bin zu laut. Jetzt hab ich... Oh nein, ich bin vergiftet, ich muss das Gegend trinken. Da hab ich die Kiste geöffnet und das hat sich einfach... Die hat sich in ein Zombie verwandelt. Ja, das ist ein Trap-Chest. Dann bin ich hier rumgehüpft. Und der Zombie ist dann runtergefallen. Aber ich auch! Ah, Mann! Aber jetzt bin ich hier auf dem Mauer-Vorsprung und der will nicht weg. Die verbrennen bestimmt auch nicht bei Tag. Tag, nein, nein. Die sind nicht so freundlich. Ja, die können auch keine... Können die hochklettern? Nein, die können nicht klettern. Aber du kannst klettern. Wenn du... Das ist ganz... Gibt's ganz viel Lianen und Leitern und sowas. Und versteckte Laufwege und sowas. Vielleicht kommst du da irgendwie wieder runter. Ich muss jetzt erstmal einen... Ja, ich muss einen Weg finden hier ohne dem Zombie in die Arme zu laufen. Wegzukommen. Mit dem Doppelsprung dann auch. Mit dem Doppelsprung wäre ich vorsichtig. Ja, ich merke schon, den kann man nicht so toll kontrollieren, ne? Also mit Doppel-W springen so. Der steht da vorne. Und patrouilliert um das Farmhaus herum. Das heißt, darauf springen ist nicht so gut. Na, außer natürlich, er fokussiert dich dann, wenn du auf dem Farmhaus stehst und du kannst ihn von dort oben niedersmashen. Ich hab ja leider keinen Bogen. Aber da... Beschmeiß sie mit dem Ender-Auge oder dem... Ich weiß nicht, was du so hast. Ähm. Ich hab hier verrottetes Fleisch. Und, ja, das Ender-Auge, ich weiß nicht. Ich glaube... Mein Throat-Fees... Ah, ich hab Durst. Ich auch. Ich hab's auch gerade gesehen. Ich warte noch. Okay, ich versuche jetzt auf den Baum da zu springen. Wird ich mir Glück? Oh Gott, ich liebe euch alle. Ich bin runtergefallen. Verdammt. Wie viel Leben hast du noch? Ich hab ein halbes Herz. Jetzt ein ganzes, nachdem ich den Apfel gegessen hab. Du hast ein Herz. Das ist nicht sehr viel. Nein, ist es nicht. Vielleicht find ich ja hier was. Hier ist wieder eine Kiste. Da ist bestimmt kein Zombie wieder drin. Tatsache nicht. Ach, was mach ich denn da? Das war keine Kiste, das war ein Crafty-Tabby. Da ist die Kiste. Ich muss mich erst mal wieder ins Text-Gebett gewöhnen. Okay, ich hör's hier stören. Das ist ein Zombie. Glück, Schimpel. Das sind coole Brücke. Ich bin jetzt schon ewig weit gelaufen. Hier ist ein Kran. Ist das hübsch. Oh Gott. Das Schlimme ist ja auch, dass dieses... Die Monster... ...so klingen, als würden sie direkt neben dir stehen. Ja, das ist Absicht. Damit die Spieler hier... ...rund haben, ihre Hose zu wechseln. Das ist aber auch so bei Minecraft immer. Creeper, 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 Creeper. Oder auf einmal explodiert's neben dir und... ...du hast nichts gehört. Das ist irreführend. Ich sollte mir vielleicht wieder Wasser wegnehmen. Ich war auf der Brunnen. Hier sind Kakaobonen, hier ist jemand gestorben. Da sind andere Spieler. Das ist... ...eine gottverlassene Gegend. Und ich smashe auf jemand anderen rein. Boah, Emo 46. Emo 46. Schneid ihn, er will's doch nur. Ich versuche, mich jetzt an diesen Grün heranzuschleichen, obwohl da ein Zombie drumherum tauscht. Da sind zwei. Schaffe ich es unerkannt? Ich glaube, ich trage nichts in deinem... ...atmosphärischen Commentary bei, wenn ich hier so... ...ist okay, es passt. Ja, ich hab Wasser. Weg rennen. Mama! Nein, die sind ja schnell! Verdammt! Wieso das denn? Ah, stirb! Lass mich in Ruhe. Bitte. Weg, 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 weg. Ah! Ah, getötet. Ah! Der zweite auch noch? Was ist er? Okay. Lass mich... ...nein, nein, 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 nein. Hm. Ah, okay. Hat keinen Zweck. Draufhauen. Nein! Brrrr! Ich kämpfe wie ein echter Mann. Brrrr! Ja, ich hab ihn erledigt! Geil! Okay, jetzt erstmal... Bin ich jetzt infiziert? Woran erkenne ich das? Ähm, ich glaube an Husten. Und du hast, ähm, eventuell, äh... Oh nein, 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 anscheinend bin ich nicht infiziert das ist gut ich bin gestorben aber ich bin näher bei dir ist okay ach nein ich bin genau da gesprungen ich mache mich auf den weg ich glaube ich gehe einfach um die stadt rum ich renne hier immer noch drin herum du musst looten und leveln looten und leveln ach Trant ist super looten und leveln ja ich weiß grad nicht wie der Text geht ist auch viel zu früh dafür schon was ah Schneewelle Tarte sächtlich wir müssen auch nicht so lange aufnehmen jetzt aber ach was ich hab doch ich bin ich habe keine aufstehzeit können die kann er jetzt hochklettern ach zum glück nicht okay dann mache ich den von hier oben ganz mutig platt haha haha obwohl das geht aufs schwert das ist nicht so gut da hinten ist glaube ich was ganz mutig von hier oben handscheidungen entscheidungen jetzt ist er irgendwie woanders keine Ahnung oh da ist ein Spieler fu fuhfufufu fu lass mich dass mich zu lassen ich las mich zu lassen klickLyklickKlick ich glaube man hört das Klicken oder sicherlich Bin ich hier gestorben? Ich glaube, ich bin hier gestorben. Oh Mann. Ach, hier hauen sich Leute. Oh, hier ist ein Unterwassergang. Oh Mann, oh Mann, was ist das? Wieso habe ich jetzt eine Kiste gehört? Oh nein, ich bin gefangen, oder? Nee, bin ich nicht. Ach, ich weiß, wo du drin bist. Da war ich auch schon mal. Ist hier irgendwas? Ich sehe hier nix. Gar nix. Ach, hier. Ich komme im Haus raus. Oh, oh. Oh, was ein schönes Schwert. Ein Steinschwert, ja geil. Aber es ist bestimmt schon fast kaputt. Ja, aber... Ich habe Milch. Immerhin. Jetzt hänge ich hier fest. Lass mich... Oh Mann. Gut, dann gehen wir wieder raus. Pssst. Uah. Gegen den Strom. Gibt's mir gar nix, gar nix zu höhlen. Gar nix. Höhöhöh. Ich habe es verdammt. Das drohe. Ah. So. Hä, was war das? Also. Ich bin fest. Okay. Wohl an. Ich hatte bei dem ganzen gelootet dann auch immer das Problem, dass ich nicht wusste, wovon ich mich trennen sollte und wovon nicht. Okay, ich brauche einen Eisen... Eisenschaufe. Oh nein. Die greifen mich an. Die wollen auf mich. Lass mich in Ruhe. Ey. Der hat ein... Der hat ein leuchtendes Schwert. Der Idiot. Lass das. Du recher Hund. Ich bin tot. Och Mann. Du bist tot. Patata 200. Entschuldige, der Kartoffel. Das begleitet uns heute. Aaaaaah. Danke. Ich liebe dich. Patata 200 dafür. Ich war gerade so gut dabei. Das war echt ein guter Anfang. Na gut. Ein Kami zu spawnen ist auch echt Glück, also. Gut, jetzt bin ich... Außer natürlich Patata 200 spawnt bei dir. Das... Dann würde ich mich rächen. Holzschwertkampf. Huah. Kendo. Ah nee, renn. Ist Kendo nicht das, wo man sich... Wo man mit Holzschwertern kämpft oder so? Ja, genau. Das meine ich ja. Holzschwertkampf. Oh. Ich trinke mal was, sag aber nix. So. Ähm. Ey, du hast voll was gesagt. Hier ist wieder ein Weg. Und da ist ein kleiner Stand. Äh. Und wie schnell die Zombies sind. So. Was ist das? Aha. Notice Hack Clients in Nostmos. Achso, das sind so Server-Bemerkungen. Gut. Die haben entdeckt, dass du hacken tust. Ja. Naja, ich starte ja vom, äh, Version Changer, damit ich das Shader-Ding laufen haben kann. Sonst läuft das bei mir nicht von selbst. T-T-T. Das ist eigentlich viel zu hübsch für so eine Zombie-Welt gerade. Die Bäume. Du musst jetzt lieber was Post-Apokalyptisches nehmen. Nee, ist es auch viel zu geordnet, so. So. Wenn du so eine normal generierte Minecraft-Welt hast, ist es ja deutlich zerklüfteter. Hast irgendwie alle... Ja, in Sichtweite immer irgendwie ein anderes Biom. Und dann sind da riesige Berge und hier ist es einfach nur platt. Aber nett. An der Küste so. Looks nice, looks nice. Looks nice. So, wo schaue ich jetzt hin? Wo... Wo bist du? Ähm. Wo laufe ich überhaupt hin? Ich laufe jetzt, äh... Ich bin jetzt 565 auf X. Okay, dann komme ich in deine Richtung. Ähm, welche Richtung muss ich denn gehen? Ich bin ja auch unterwegs. Positive X-Richtung. Also ich bin bei 1800. Da ist ein Schwein. Wollt ihr mich veralbern? Ach, hier ist schon wieder ein Häusli. Das guckt so knuffig. Ein Schwein? Ja, nimm's mit. Es wird dich vor den Zombies retten. Nimmt es und nicht mich. Ich biete euch als Opfergabe dieses Schwein. Das Schwein war so... Was, was, was? Ah! Lass mich, Batman, meins! Alter. Ah, ja genau. Upsa. Jetzt bleibt er da stehen und verteidigt sich. Alter, was soll'n das? Ähm, wie setz' ich das Ender-Auge ein? Du hast, ähm, nur das Ender-Auge zum Schreiben. Du hast dich die Ender-Perle zum Granaten und so. Achso. Äh! Lass mich! Alter! Ha! Hab' ich mir wenigstens mitgenommen? Nein. Geräusche der Wut. Hm. Das ist doch nicht... Das ist doch nicht schön. Können wir denn nicht alle zusammen... Arbeiten und was Konstruktives schaffen? Brrrr. Ja, nah in the world. Jetzt bin ich bei... Uuuuuhh... 3.399. Wie groß ist denn diese Welt? Ähm, 5.000 Meter. Also 5 Kilometer. Von, ich glaube, plus 3.000 bis minus 2.000 noch so. Wenn du mich wieder tötest... Ich... Ich... Komm schon, Saul Pro XD. Dann suche ich mal wieder nach einer Straße. Vielleicht treffe ich meinen guten Freund Batman wieder. Ich bin Batman. Hm. Naja. Batman hätte sowas nicht gemacht. Der echte Batman. Vielleicht ist er ja nur der Fake-Batman, der... Der mal Robin war und so. Ja, oder er möchte Batman einen schlechten Ruf bringen. Er wird Batman nicht gerecht. Eigentlich ist er der Joker. Ja. Oh, Mann. Das war echt hübsch eigentlich. Also, so... Gerade weil's so... Nicht so zerklüftet ist oder sowas. Eigentlich würde ich mir so eine Minecraft-Welt auch wünschen. Also so ein Biom zum Spielen. So schön aufgeräumt. Das ist alles per Hand gemacht, ja. Also man hat hier eine Flat-Welt generiert. Und dann hat sich gedacht, gut, setzen wir uns da jetzt mal zwei Monate ran und basteln mal eine Welt. Hm. Daraus wurde das. Ich find, das ist denen echt gelungen. Ja. Respekt.